Guten Tag. Freut mich, dass Sie wieder in Australien sind. Wenn Sie vielleicht die Allianz-Brüder vorstellen. Ich bin sicher, dass die Besucher auch in die andere Richtung gehen. Das heißt, dass die Hildesheimer Sie bei sich zu Hause besuchen. Und dass Sie dann zusammen etwas aufbauen, wovon eigentlich alle nur profitieren können. Das heißt, dass wir in Hildesheim auch in Hildesheim haben, in Hildesheim, in Hildesheim. Das heißt, dass wir in Hildesheim auch in Hildesheim haben. Herzlich willkommen in Hildesheim. Und als kleine Erinnerung. Ein Buch, Sie kennen Hildesheim auch von vielen Zeiten. Auch aus Zeiten noch, wie ich eben erfahren habe, wo Hildesheim nicht so schön war, wie es jetzt war. Sondern noch zerstört. Und ich glaube, gerade auch in der Region, wo Sie jetzt sind, haben Sie eigentlich dasselbe. Nämlich, dass Sie wieder ein Land, was Kriege erlebt hat in jüngster Zeit. Und was wieder am Aufbau ist, dass Sie das mitbegleiten, die Menschen mitbegleiten. Er war nicht, er war dienstlich nicht hier. Eines Abends wurde ein Verbund heute Einfall gemacht. Und das haben alle, denn im Kloster haben Sie alles jemand weggetragen und geräubt. Alles, was Sie gefunden haben im Kloster. Und im Frühmorgens, als die Messe des Gottesdienstes war, wurde kein Klisch und gar nichts im Kloster. Könnten Sie nicht den Gottesdienst abhalten. Die Hildesheim allgemeine Zeitung hat gleich über diesen Fall berichtet. Natürlich nicht das Jahr. Die Messe von Herrn Osten wurden gerade in der Nacht gelegt. Wir haben jetzt eine Einfahrt gegen den Anwärtslichen Stuflangen. Das war es auch immer ganz gross. Und nur noch ein Habermas. Das war das. Das ist so schön, überhaupt nicht. Ich habe heute bei der Bürger, um 19. neue, Leise. Ich habe heute noch ein paar Blusse, weil ich habe nicht in der Flugung den M Когда." Ja, ja. Aber wir sind doch nicht über die Lunde. Wir sind ja größer. Du hast das rund 63, dann war ich 20 Jahre weg und wieder. Ja, da war ich in unserem Staat, zwar in diesem Staat und hier in der Stadt, aber ich habe in so vielen Jahren auch nicht viele neue gelassen, neue gesehen.